So, ab sofort eine Gewichtsreduktion, die Punde müssen runter, dieser hässliche Bauch muss weg. 15, 15, 20, 25 Kilo müssen runter. Schnauze voll, so geht es nicht mehr weiter. Männlich, weiblich, meistens bloß 40 Jahre alt, Unternehmer, Unternehmer und Führungskräfte. So, dann schlagen die bei mir auf. Oder sie arbeiten eigenständig und schlagen danach bei mir auf. Und dann stellen wir folgendes fest. Am Anfang porzeln natürlich die Pfündchen. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass ein Anteil von ca. 30% aller Kunden, die ich kenne, die haben eine Seuche. Und zwar, diese Seuche nennt sich Ungeduld. Die können nicht warten, das muss alles zack, zack, zack gehen. Und was passiert? Die merken natürlich, aha, Ernährung umgestellt. Die Punde gehen runter und denken sich dann, wenn ich jetzt noch weniger esse, dann muss das Gewicht doch schneller runter gehen. Eine völlig logische Denkweise. So, und dann denken die, wenn ich mich jetzt noch mehr bewege, dann müssen die Pfunde noch schneller putzen. Auch logisch, oder? Ist doch völlig logisch. Und was passiert dann? Es wird weniger gegessen. Es wird sich noch mehr bewegt. Und was passiert dann? Ups, das Gewicht sinkt gar nicht mehr so schnell. Im Gegenteil. Das Gewicht bleibt stehen, verdammt nochmal. Was kommt als nächstes? Die Frustration. Denn die Forderungen, dass das Gewicht noch schneller purzelt, dass die Pfunde noch schneller fertig weg sind, dass wir noch schneller sportlich werden, unser Lifestyle sich komplett ändert, wird nicht erfüllt. Die Forderung wird nicht erfüllt. Frustration hoch drei. Was passiert dann? Genau. Bei vielen demotiviert. Sie lassen es wieder sein. Bei den anderen, da gibt es ganz Ehrgeizige, die setzen noch einen drauf und sagen, hey, du verdammter Körper, dir gebe ich dafür. Wenn du nicht das machst, was ich von dir verlange, ich kriege das, was ich von dir will, du kannst dich auf den Kopf stellen, ich werde dich fix und fertig machen. Dann bewegen es sich noch mehr in Essen, noch weniger. Und der Schuss geht gnadenlos nach hinten los. Warum? Egal, wie stark wir am Gras ziehen, es wächst nicht schneller, Freunde. Es wird nicht funktionieren. Denn was passiert denn eigentlich, wenn wir versuchen, ein Ergebnis zu erzwingen, gerade im Bereich der Gewichtsreduktion, logisch von uns, okay, wir bewegen uns mehr. Mehr Bewegung heißt, mehr Kalorien verbrauchen, also muss der Körper leichter werden. Noch weniger essen, also muss doch dieser verdammte Körper an die Fettreserven gehen. Das ist doch logisch. Kann nicht anders sein. Moment, stopp. Wir gehen von einer rein rechnerischen Logik aus und sagen, der Körper muss, weil, wenn ich mich so und so viel bewege, so und so viele Kalorien zusätzlich verbrauche, muss der Körper Fett reduzieren. Wenn ich so wenig esse und habe einen Kaloriendefizit von mindestens 1000 Kalorien, dann muss der Körper an die Fettzellen gehen. Nein, er muss gar nicht, sondern er ist super schlau und macht dann nämlich genau das Gegenteil. Denn was ist denn das eine, was man dann bezweckt, wenn man versucht, den Körper zu zwingen? Wenn jemand von außen euch versucht zu zwingen, dass ihr was machen müsst, wie reagiert ihr darauf? Reagiert ihr mit Hurra? Ja, ja, mach mal, zwing mich mal, komm, es fühlt sich geil an. Nee, fühlt sich nicht gut an. Und so ist auch der Körper. Der Körper sagt, Moment, ich lasse mich von dir nicht killen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lasse mich von dir nicht fertig machen. Denn, wenn wir uns noch mehr bewähnigen und noch weniger essen, wenn das Kaloriendefizit zu krass ist, wenn der Energieverbrauch zu hoch ist, dann entsteht dadurch Überlebensstress. Überlebensstress. Ja, der Körper empfindet Überlebensstress. Er sagt, hey, so viel Bewegung bei so viel, so wenig Ernährung. Was passiert in den nächsten drei, bis vier, bis fünf Wochen? Das werde ich niemals überleben. Und jetzt müsst ihr überlegen, wie ist eigentlich unser Körper strukturiert? Was hat sich die Natur bei gedacht? Die Natur sagt, oberstes Gebot, ist, dass die Rasse überlebt. Also hat natürlich in der Evolution in den letzten hunderttausenden von Jahren der Körper natürliche Lösung gefunden, wie er damit umgeht, was er tut, damit es eben nicht zum Supergau kommt, damit wir eben nicht aussterben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also entsteht natürlich ein Stressfaktor. Cortisol, auch ein Hormon, was natürlich auch ein Stück weit ein Schutz sein kann, entsteht. und der Körper fängt an zu rechnen. Die überlegt sich, der Tag hat 24 Stunden, davon schlafe ich im Durchschnitt leider nur sechs Stunden, was schon mal stressig ist. Die restlichen Stunden bin ich hochaktiv, mein Gehirn ist hochaktiv, weil der Unternehmer hat viel zu tun, viel zu überlegen, viel Entscheidungen zu treffen. Und wie gehe ich jetzt am besten mit um, wenn auch noch Bewegung dazukommt, viel mehr Bewegung, was ich ja nicht gekannt habe, und wenig Essen. Ah, Moment, da war noch was. Ich könnte doch die Heizung zurückdrehen. Heizung zurückdrehen? Ja, der Körper verbraucht ja Energie. Also, ist ja auch ein thermogenetischer Prozess, also wird die Heizung zurückgestellt. Einfaches Beispiel, du hast ein Haus mit drei Stockwerken, du hast da drin zwölf Heizungen, also insgesamt pro Stock hast du vier Heizungen, vier Zimmer, sind zwölf. So, jetzt kommt der Heizwellfahrer zu dir am 1. Oktober und sagt zu dir, pass auf, mein Freund, hier hast du 1000 Liter Heizöl, leider komme ich aber erst im 1. April. Was tust du? Drehst du die Heizungen voll auf? Nein, das wirst du nicht tun, sondern du gehst her und sagst, hey, von den zwölf Heizungen brauche ich mal zehn nicht, ich gehe aufs Minimum runter. Nur die zwei Heizungen in dem Zimmer, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, die drehe ich ein bisschen nach oben. Also sparst du. Das gleiche macht der Körper. Und jetzt überlegt sich der Körper, welche energetischen Prozesse habe ich eigentlich? Ah, okay, mein Gehirn braucht Energie, dem gebe ich ein bisschen weniger Energie. Meine Augen brauchen Energie, mein Geruchssinn braucht Energie, Nasen, Ohren, also die Sinnesorgane, die Mustertur braucht Energie, das Haarwuchs braucht Energie, die Zellregeneration braucht Energie. Okay, ich bestrafe euch jetzt. Ihr kriegt jetzt weniger Energie beziehungsweise ihr müsst lernen zu sparen. So. Und was passiert? Wir bewegen uns unglaublich, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Der Körper sagt, du, mein Freund, weißt du was? Ich hatte so viele Jahre Zeit, die Ingenieure, die hatten so lange an mir rumgebastelt, dass du mit deinem Halbwissen kannst mich nicht schocken. Dir schlage ich ein Schnippchen, mein Freund. Dich bremse ich mal richtig aus. Und genau das passiert. Dann, was ich vorher gesagt habe, dieser Stressfaktor, Überlebensstress, das Cortisol produziert wird, da ist natürlich ein physikalischer Prozess hinten dran. Und zwar, wenn wir Stress haben, produziert der Körper ständig Zucker. Und was passiert, wenn der Zuckerspiegel ständig hoch ist? Richtig. Richtig. Wir kommen nicht in die Fettverbrennung. Das geht nicht. Und was provozieren wir dann noch, wenn wir das zu lange machen? Diabetes Typ 2. Ja. Das passiert. Stress ist da mit drin in diesem Zyklus. Lifestyle und Stress. Und genau das ist das, was dann nicht funktioniert. So. Und was machen wir jetzt am allerbesten? Welche Strategie fahren wir jetzt? Hast du eine Idee? Habt ihr eine Idee? Ich habe eine geile Idee. Und wisst ihr was? Da gibt es nur zwei Wörter, die man da nutzen kann. Und zwar gelassen siegen. Gelassen siegen. Sei überzeugt davon, dass du dein Ziel erreichst. Hör auf zu rennen, denn wer rennt, neigt schneller zum Stolpern. Nimm dir Zeit. Du brauchst einfach ein gewisses Zeitfenster. Wie lange du benötigst, um dein Körperfett zu reduzieren. Das ist auch rein über eine Rechnung rechenbar. Ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kalorien. In einem Training, sagen wir mal eine Stunde, moderates Training, 400 Kalorien. Davon sind im Durchschnitt 30% Fett. Das sind 120 Fettkalorien. 7000 Kalorien hat Körperfett. Okay, das ist jetzt nicht so viel bei drei Trainingseinheiten. Okay, dann kommt noch die Ernährung dazu. Wenn ich die Ernährung optimiere, schaffe ich es auch, dass der Körper formiert in die Fettverbrennung geht, durch Zeitabstände zwischen den Mahlzeiten, durch einen niedrigen Zuckerspiegel, durch einen niedrigen glykämischen Index, der Lebensmittel ich zuführe. Okay, dann rechnen wir mal aus. Ich habe 25 Grad Übergewicht. Weren brauche ich denn eigentlich realistisch? Wenn ich das gerechnet habe, dann setze ich mir Mikroziele. Und dann weiß ich ganz genau, was kann ich mal erreichen. So, das ist das eine. Jetzt haben wir noch den Super-GAU. Den absoluten super, 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 super GAU. Die kommen dann immer zu mir. Die haben auf eigene Regie das schon fünfmal gemacht, sechsmal, siebenmal gemacht. Immer wieder diese Zwangshandlungen, diesen Druck, den sie ausüben, ich muss jetzt Fett verlieren, diese verdammten Fettzellen, die müssen jetzt weg. Ich werde die gnadenlos bekämpfen. Das haben die schon fünfmal gemacht. Sechsmal, siebenmal, zehnmal gibt es. Was haben die mit ihrem Stoffwechsel gemacht? Wie haben die ihren Körper programmiert? Die haben ihren Körper auf Waren programmiert. Ursprünglich konnte dieser Körper tatsächlich mal so um die, bei Männern um die 2.000, 2.300 bis 2.400 Kalorien verbrauchen, bei Frauen um die 1.600 bis 1.900 bis 2.000 Kalorien, das ist immer abhängig von der Muskelmasse, von der Grundfunktion, von der Genetik. Und jetzt haben die es geschafft, durch ihre Maßnahmen, den Stoffwechsel um 4, 5, 6, 100 Kalorien runterzufahren. Durch diese ständigen Maßnahmen, zu wenig zu essen und sich zu viel zu bewegen, hat der Stoffwechsel eine krasse Manipulation. Er verbraucht einfach nicht mehr so viel Energie. Sämtliche Mechanismen, die Energie sparen, wurden trainiert. Der Körper ist nicht doof, das ist eine geniale Funktion. Leider leben wir in der falschen Zeit. Wir leben in einer energiereichen Zeit, aber in einer Zeit, wo wir wenig Energie verbrauchen, weil wir überall Hilfsmittel haben. Aufzug im Auto, im Haus, wir haben ein Auto, wir haben ein E-Bike, wir haben überall die Möglichkeit, Energie zu sparen, aber wir haben nicht mehr viel Möglichkeit, energielos zu werden. So, da haben wir eine Herausforderung, die kommen dann zu mir und fordern von mir, Andreas, aber jetzt, wenn ich bei dir bin, dann muss es aber klappen, ne? Also jetzt muss es aber klappen. Leute, diese Menschen, die müssen noch viel mehr Geduld mitbringen, ja, und die haben schon keine Geduld, weil durch ihre Ungeduld sind sie genau dort gelandet. Und diese Person habe ich, die kommen dann nicht zu mir, klar, weil die dann nicht sagen, jetzt brauche ich einen Spezialisten, jetzt kann nur noch der Spezialist helfen, das ist richtig. Und dann hören die von mir, hey, das Erste, was wir lernen müssen, ist, dass du Geduld hast. Ich will doch bei dir lernen, wie ich Sport mache, ich will doch lernen, wie mein Stoffwechsel funktioniert. Ja. Damit dein Stoffwechsel funktioniert, brauchst du Geduld. Damit dein Stoffwechsel funktioniert, lernst du bei mir gelassen siegen. Damit dein Stoffwechsel funktioniert, lernst du, dass dein Cortisol ein Feind ist für die Fettverbrennung. Also, bauen wir diesen ab, wir werden deine Forderung, deine Erwartungshaltung verändern. Wir werden deine Glaubenssätze verändern. Denn der Glaubenssatz, dass wenn ich jetzt viel mache und ganz wenig esse, werde ich garantiert abnehmen, dieser Glaubenssatz, der macht dich fixenfertig, weil der funktioniert nicht. Ja, Freunde, und genau das ist das Thema, was bei mir ganz oft aufschlägt. Das sind in der Regel immer Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte. Die haben alles aber keine Geduld. Die wollen dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass sich alles wieder resetet. Wie lang hat man zum Teil dafür gebraucht, dass es so ist, wie es ist? Jahre. Also bitte, bitte, verlangt doch nicht innerhalb von kurzer Zeit, dass das alles wieder funktioniert. Das Gras wächst nicht schneller, wenn er dran zieht. So, Freunde, heißes Thema, heißes Eisen, das fordert natürlich auch immer in meinem Coaching alles von mir. Und da gibt es auch wieder einen ganz wichtigen Punkt, den man berücksichtigen sollte. das geht nicht über ein Videotraining, das geht nicht über ein oberflächliches Coaching. Da muss man richtig in die Tiefe gehen. Und da hilft es nur, wenn du einen Coach hast, der auch eine vollständige Ausbildung hat, eben nicht nur als Ernährungsberater, eben nicht nur als Stoffwechseltrainer, eben nicht nur im Bereich des Krafttraining, des Ausdauertraining, des Fettstoffwechseltraining, Stoffwechseltraining ist. Nein, du brauchst auch einen Trainer, der im mentalen Bereich ausgebildet ist, der mit dir gemeinsam deine Glaubenssätze zerlegt, der mit dir gemeinsam ein neues Denkmuster aufbaut, der mit dir gemeinsam aus den neuen Gewohnheiten, die du ungesund gestaltet hast, gesunde Gewohnheiten daraus macht, beziehungsweise energiearme Routinen. Denn immer dann, wenn wir eine Routine haben, denken wir nicht mehr darüber nach, was wir machen müssen, sondern wir tun es einfach. Frag mal, einem Menschen, der leidenschaftlich gerne Sport macht, ob er Sport machen soll, ob er Disziplin braucht, den musst du höchstens fragen, hey, wann machst du mal Pause? Der braucht dafür keine Disziplin. Weil es für eine Routine ist, weil es zu seinem Lifestyle gehört. Und das ist die Arbeit. Und dazu brauchst du einen Coach. Am besten einen 1 zu 1 Coach, der dir deine Fragen im 1 zu 1 beantwortet. Denn ansonsten gehst du zu Google und du gibst deine Frage ein, du bekommst fünf verschiedene Antworten. Dann stehst du wieder vor verschlossenen Türen. Du hast fünf Schlüssel. Aber welche Tür öffnest du? Und genau dafür brauchst du deinen Coach, der dir dabei hilft. Ja, es gehen auch Kleingruppen. Ich habe auch Kleingruppen. Aber in der Regel ist es so, dass der größte, die höchste Erfolgsrat ist immer im Einzelcoaching. Da biete ich zwei Einzelcoachings an. Und jetzt stell dir mal vor, pass auf, ich müsste nie mehr drüber nachdenken. Es ist ganz klar, was ich tun muss. Ich habe eine klare Handlungsanweisung. Ich weiß, wie ich meine neuen Gewohnheiten zu einer Routine manifestiere. Ich weiß, wie ich mir die neue Gewohnheit attraktiv gestalte. Ich weiß ganz genau, wie ich die negativen Reizauslöser minimiere und die positiven Reizauslöser aktiviere. Ich weiß ganz genau, wie das Belohnungssystem geht, sodass ich langfristig an meinem Ziel bleibe und damit Erfolg haben möchte. Fühlt sich gut an? Fühlt sich gut an. Andersrum. Wie fühlt es sich an? Jetzt fange ich wieder an. Wird wieder nicht funktionieren. Es ist schon fünfmal probierreich. Es funktioniert nicht. Fühlt sich nicht gut an. Also nehmen wir die andere Variante. Die fühlt sich gut an. Wenn du ganz genau weißt, du hast jemanden an deiner Seite, der dir ganz klar zeigt, welche Strategien brauchst du. Nicht nur bei der Ernährung, nicht nur beim Training, sondern im mentalen Bereich. Denn der Erfolg, der ist immer zwischen unseren Ohren. Unser Denkmuster, unsere Glaubenssätze, unser Mindset, das, was wir denken, das wir für zuständig, ob wir Erfolg haben oder nicht Erfolg haben. So. Also, jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, Andreas, das hört sich echt gut an. Ich würde jetzt endlich mal gerne Erfolg feiern. Dann pass auf, du findest und in den Shownotes findest du andreas-trienbacher.com. Da gehst du rein, da kannst du deinen ersten unverbändlichen Termin vereinbaren mit einem Mitarbeiter von mir. Er spricht mit dir durch und wenn wir dann ein Match haben, das heißt, mein Mitarbeiter feststellt, dass deine Wünsche von mir erfüllt werden können, dann haben wir in Kürze unser erstes Strategiegespräch. Dann finden wir sehr, sehr schnell raus, wie schnell du deinen Erfolg feiern kannst. So, jetzt bist du dran. Wie immer, der Ball liegt in deinem Spielfeld. Nutze jetzt die Zeit und sag, endlich habe ich eine klare Vorstellung, wie es funktionieren kann. Bis dahin wünsche ich allen von euch alles Gute, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und vor allem denkt immer dran, ihr habt ein Gesundheitskonto. Das sollte man immer regelmäßig einzahlen. Nicht vergessen, denn wenn wir mal zu weit im Soll sind, wird es eng. Also, wir können einzahlen über ein gesundes Stressmanagement, über gesunden Schlaf, über eine gesunde Ernährung und über die regelmäßige gesunde Bewegung. Macht's gut. Bis bald.